Hallo, wie geht es dir? Mir geht es super. Oh, geil. Oh, Oli hat verkackt. Kosta. Jetzt sehe ich endlich mal Kosta. Da ist er. Kosta will nicht. Ich würde heute auch gehen, oder? Alles hat heute zu. Nein, für uns hat ich Hunger. Nein. Heute ist Herrentag. Heute ist Vatertag, nicht Herrentag. Heute ist Vatertag, kein Herrentag. Was bist du denn für eine Schwuchtel? Siehst du? Ich bin nicht die Einzige, die das war. Das heißt Herrentag. Nein, das heißt Vatertag. Oder Christi Himmelfahrt.